Welchen denn noch? Blitz. Blitzbogen! Dafür soll ich meinen glorreichen Feuerbogen eintauschen? Na, hast recht. Hast recht. Alter. Aber wie könnte ich denn jetzt Blitzbogen machen? Mit dem Feuerbogen geht das? Ja, ich mach ja grad den lilanen. Ich brauch's nur die Crawler. Hast du noch Zombies? Weil dann crawlen wir los, ne? Im Moment sehe ich noch keinen. Das geht gar nicht. Hast du einen Zombie? Ich treff die Wetterstation mit dem Bogen gar nicht. Im Moment hab ich keinen Zombie. Muss ich die Wetterstation treffen? Ich hab sie getroffen, ja. Ja. Ja, du kannst, klar. Kannst ein Ritual beginnen. Ist alles drin. It's all in the mix bei Twix. Aber wie ging das nochmal? Blitzbogen? Die Dinge anzünden. Die Feuer, glaub ich, ne? Hier oben aktivieren. Ach, die scheiß Feuer anzünden. Junge, das ist fucking... Hast du noch? Ja, kannst machen. Kannst probieren. Einer ist beim Doppelfeuerschmalz, einer unten bei der Rakete. Hm. Ich glaub, ich gönne mir hier mal so ein Random-Getränk. Ach, noch ein Divinium dazu. Ja, ich hab halt den Sack voller Säftchen. Was hab ich denn hier jetzt? Ach, so eine Electro-Cherry hab ich jetzt bekommen. Das ist okay. Ah, dafür müsste ich wieder runter zur Rakete. Naja, jetzt kannst du ja schnell. Aber siehst du, wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, selbst das Feuerritual wird mit Mal zu Mal einfacher. Naja, guck mal, der Bogen hier, jetzt der eine, ist ja auch nicht so schwer. Der lila ist eigentlich auch nicht so schwer. Ist denn das Feuerding nochmal da? Zack, One-Hit-Motherfucker. Bist du unten? Was, nein, noch nicht. Warum soll ich runtergehen? Äh, naja, wir könnten hier die Crawler machen, dann könnten wir mal lila testen. Also ich hab jetzt schon mal, hätten wir schon mal zwei Crawler, du hast halt die Raygun. Ich kann schlecht Crawler machen. Was, was willst du unten machen? Warum willst du nach unten zur Rakete? Nein, ich will nicht zur Rakete, ich will da im Hof, da wo du die ganze Zeit gejoggt bist. Ach so, aber ich muss jetzt runter zur Rakete, um das Feuer anzuzünden. Ja, geh halt schnell. Das Feuer verbrennt mich. Das Feuer der Liebe brennt in meiner Unterhose. Äh, Piu, zu tief. Hä, zu hoch? Piu. Ja, ungefähr da, sehr gut. Ich muss mir das immer so merken. 500 kostet eine Teleporter-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero-Zero. Äh, ja, was machen wir nun? Ich lade durch und dann komme ich zu dir hoch in den Hof und, äh, ja. Ja. Killefick. Ungefähr so und nicht anders. Ja. Immer rein mit dem Finger. Immer schön dippen. Hol ich mir noch ein Gümli? Lecken und drehen, ja. Lecken und drehen. Lecken und drehen. Oh, guck mal. Blub, einen aufs Haus. Einen aufs Haus. Das ist ja gar nicht du. Ich dachte, du kommst hier um die Ecke, aber das waren nur die stinkigen Zombies. Nee, ich bin jetzt hier irgendwie wieder aus dem Brunnen gefluppt. Aus dem Brunnen, Alter. Ja, du. Sicher, du, ne? Ja, sicher, du. Voll auf dem Brunnen, ne? Zock. Heinen Stammen abbekommen. Ja, sicher. Kannst du aber auch richtig dran lecken, du. Jo, ich hab alle Extras, du. Ja, ist das ein Traum? Das ist ja ein Wunder. Leck den Lachs die Schuppen runter. Pass mal auf, du. Ich zeug dir das. Ich hab eine raue Zunge, du. Da denkst du, das ist ein Zitteraar. Alles klar, Mr. Raygun. Ich wurde richtig gezittert. Das ist jetzt eigentlich noch maximale Munition, ja, oder? Was? Nein. Nee. Nee, ist nur einer immer drin. Die sind das ein bisschen unfair, ja. Ich dachte immer, es wären zwei. So, jetzt weiß ich eh. Was soll ich machen? Ja, die Crawler hier unten. Wem kommst du? Crawler hier? Zack, ist einer drin. Ist ja kein Problem. Also, wir brauchen sechs Stück hier unten drin. Ja, aber so viele Zombies haben wir gar nicht mehr. Nee, aber zwei schon mal. Warte noch, warte noch. Hang. Was rummelt der denn denn damals? Ich hab keine Ahnung. Er will ihn unbedingt. Vorsicht. Nee, deswegen wollte ich ihn jetzt noch nicht. Crawlter? Ja, ja. Er crawlt. Guck hier. Nom, 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 nom. Er kriegt da richtig den Nacken gebissen. Er ist auch voll im Gesicht. Junge, lass dich da nicht so ankauen. Oh, oh. Da platzt aber die Oberlippe. Oha. Okay, wat nu? Na ja, jetzt brauchen wir noch vier weitere und dann... So läuft das eben. So läuft das halt. Ich bin jetzt wieder hier unten. Hier unten? Da? Oh, Hunde. Oh, nein. Fuck. Obwohl, haben wir halt Munition, ne? Fuck my dog. Schnaußen. Ich geh schnaußen jetzt. Mann, der Arnie, ey, der hat sich auch ganz schön wieder aufgepumpt, ne? Der hat bestimmt viel schnaußen, schlaußen Dogger gegessen in letzter Zeit. Aber meinst du, es wird nochmal so ein Conan halt? Ja. So ein richtiger Conan? Ja, ja, ja. Oder meinst du, der wird so übergeherkulest wie der neue Herkules zum Beispiel mit Dwayne? Aber der neue Herkules mit Dwayne war ja gar nicht so scheiße. Ja, nee, aber... Ich weiß nicht. Aber wie Dwayne kann er nicht aussehen. Dwayne ist erstens nochmal eine ganze Schippe größer als Arnie. Der ist nicht so groß. 40 Jahre jünger. Nicht so viel, aber... 30 Jahre jünger. Ja, wie alt ist Dwayne? 40 plus halt, ne? Mit der... 40er, ich weiß es gar nicht. Ich denke mal. Es kommt hin. Anfang 40er. Gut, ich hab hier Munition. Ja, dann. Rein, ne? Rein mit der Munition. Du brauchst du nicht vorstecken, Junge. Du bist noch ein hübscher Kerr. Ja, da kannst du reinlunsten. Ich bin ja sicher. Brauchst die Kappe nicht aufsetzen, du. Schau eine Fettmatte, die bedeckt dein Gesicht genug. Ach, das ist ein Oberlippenbart. Ich dachte, du kämpfst dir die Haare vom Rücken auf die Stirn. Junge. Ey, was ist hier los? Ich weiß, dass die hinten an mir rumdippen. Das weiß ich. Das ist einfach so. Ey, wie die ab und zu einfach hier runterspringen und sich ihre eigenen Regeln machen. Ja, das juckt dir den Scheiß direkt, was du denkst. Oh, der Wolfsbogen. Ich find den Sound extrem vaginal. Vom Wolfsbogen? Ja. Der ist echt geil. So dieses, auuuh, und auf einmal. Auf einmal ist er neu. Ich bin da durchgefegt. Oh, shit. Was ist das? Ich häng. Nein. Schieß doch. Hexen. Hexen. Verbrennung. Alles gut. Das war mega luck. Er hat einen Affen geworfen. Das Schild hat mich gerettet. Ja. Ja, ich hatte vorhin auch schon mal so eine extreme Glückssituation. Nee, das Schild hat mich echt wow. Echt gewowt. Gewowt. Wowie. Wir hatten nochmal Wowie gehabt. War das nicht von Anchorman, der eine Typ? Nee, Whammy war das. Whammy. Maui, Waui, kenn ich nur. Nein, der Sportmoderator von Anchorman. Ach so. Whammy. Er war richtig cool. Oder kennst du doch diesen Panther-Duft. Der Panther-Duft? Alter. Der grüne Panther. Hast du mal den Film Boomerang gesehen? Klar. Mit der Eisenmuschi. Ich will, dass das Parfüm riecht wie mein Slip. Wir nennen es Stahlvagina. Oder Eisenmuschi. Die Eisenmuschi. Weitsch. Weitsche Eisenmuschi. Das ist der nächste DLC. Jetzt kam der Eisendrachen. Kann eine Ansage werden. Ja. Und dann kommt das Eisenloch. Oder. Ich kann ein Gitter. Hast du Crawler? Crawler, Crawler, Crawler. Ja, ja. Du bist am Leben. Alter, ich hab Crawler. Ich hab hier gar nichts mehr. Ich bin jetzt schon bei dir hochgegangen. Und dachte mal, ich schau mich mal um. Aber bei mir ist nothing. Hier ist es richtig hart. Hier kommen immer noch Zombies frisch. Ja, bei mir kommt irgendwie nichts. Ich bin direkt da, wo der zweite Drachen ist. Ich hab hier richtig Crawler-Family. We are family. Ich hab die ganzen kleinen Nachzügler. Wow, die spachteln hier aber kräftig. Ja, ich hab richtig dick was mitgebracht. Ich glaube, das sollte jetzt auch so fertig sein. Herz. Krone. Oh, hier drüben ist schon was. Was ist denn da? Oh, hier hab ich noch eins. Hast du schon Symbole hier? Ja, zwei Stück. Herzkrone-Tür. Herzkrone-Tür? Herzkrone-Tür, hat er gesagt. Hm. Wofür? Herzkrone-Tür. Herzkrone-Tür. Ich kann ja mal noch einen vierten Random-Perk. Einfach so. Ich kann ja noch mal schauen, ob das stimmt. Aber ich hab... Oder? Hast du es auch gehört? Herzkrone-Tür? Ein Doppelfeuer, Junge. Jetzt mal kurz leise. Herzkrone-Tür. Tür, ja. Oh! Das ist nicht schlecht. Ich hab ne Technik-Spielerei. Wollen wir Ragnarück noch machen? Weil... Boah, weiß ich nicht. Na. Da kommen wir jetzt nicht zu. Jetzt müssen wir wieder runter, eine neue Runde starten. Du kannst killen, Dude. Kannst killen. Hab ich alle drei... Was macht man nach den drei Feuern? Ich müsste den Wallrun machen. Ähm, Wallrun. Dann geh kurz runter. Wallrun. Und dann, glaube ich, die Uhren füllen. Genau, dann die Uhren füllen. Das ist relativ easy. Und dann musst du die geladenen Stromdinger Richtung Himmel gegen Sonne... Ja, ja. Gegen Sonne schießen! Aber es ist keine Schwerelosigkeit. Aber jetzt geht sie gleich an, oder? Ja, es kommt ja gleich. Es kommt ja gleich. Ja, müsste. Sie ist schon blinken, oder? Ich höre da schon irgendwie, ja. Ja. Ja, und jetzt musst du den Wallrun machen. Oh. Aber ich weiß nicht, ob ich hoch genug war. Ja, sieht gut aus. Da einer oben. Ja, gut. Na, ist voll easy. Ist voll easy. Sag ich dir einfach so. Hast du das gerade gesehen? Da war ein Bonus eben an der Decke. Ein Bonus an der Decke? Ja. Hättest du eben gerade die Minigun haben können. Hab ich nicht... Also, der ist bestimmt so Event. Weißt du, wenn du dann hüpfst. Auf jeden Fall war das so ein Event-Ding. So, jetzt sind die Ohnen an. Mein Freund. Mein Jugendlicher. Ja, dann... Du weißt, als nächstes... Aber jetzt könnte auch hier... Geido in der Dose kommen. Oh. Geido-Guy. Das war doppelt. Doppel-Guy? Doppel-Guy-Guy, ja. Oh nein. Für jeden einen, oder was? Oder für einen, zwei. Das wäre schon ugly. Das nennt man den Franziskaner. Einer hält fest, einer sticht zu. Der doppelte Franzmann. Der doppelte Franziskaner. Hör mal. Weißt du was? Bis jetzt nicht. Doch. Doch. Ich sehe ihn auch schon. Seinen hässlichen Schatten. Aber ich habe ihm ordentlich Lava in den Arsch geblasen. Und der zweite auch noch, oder was? Ich habe eine Minigun. Wollt ihr mich verarschen? Die sind beide hier. Beide bei mir. Ich würde dir voll gerne helfen. Oh, wie das bei mir gerade ruckelt. Warum? Ich habe voll die Merger... Merger. Mega-Lags. Voll die Merkel-Lags. Voll die Merkel-Lags. Ich würde dir voll gerne helfen. Aber wenn ich dann zu dir hochkomme, ist wahrscheinlich jetzt Hoden-Duras angesagt. Ich weiß nicht, ob der andere jetzt auch noch lebt. Oh ja, tut er noch. Und der lässt sich hier von nichts aus dem Kont... Beide! Die hatten sich nur weggeportet, oder was? Aber ich kann sie stunnen. Beide tot? Ich kann sie stunnen. Einer ist tot. Ne, doch nicht. Warum sterben die denn nicht? Na, die werden halt immer... Siffiker. Immer Siffisanter, hm? Oh, oh. Siffikanter. Ich helfe dir noch mal mit einem Affen. Oh, ich werde euch nicht berätselt. Junge, Junge. Sind sie jetzt hoch? Brezelaffe. Ich habe einen Brezelaffe hingelegt. Die kommen, glaube ich... Die wollen zu dir, oder so. Wie sie alle stehen. Robot Dance. Ich werfe noch einen Brezelaffe. Oh, es gab richtig Asche, ne? Es gab richtig Asche. Max Ammo? Sehr gut. Hier liegen zwei Nukes. Nein, nein, nein. Warte. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ich will ja... Ne, brauchen wir nicht, weil ich will ja diese... Du weißt schon, diese... Nach Ritualien. Ja, Ritualien in meinem... Wasserpark. Ritualien. In meinem Zombie-Park. Aber irgendwie bekomme ich gerade keine. Oder habe ich schon alle? Ich habe kräftig was gelunzt. Du musst jetzt hier deine Urne des Glückes schmieren. Ja, ich glaube, die habe ich schon voll die erste. Oh nein, wieso stehen die wieder auf? Sie stehen wieder auf. Oh, fuck. Wo bist du? Bei der ersten Urne oben im Turm quasi. Wo ist die? Wo die Turmuhr drauf ist. Ich nehme den Bronnen. Hier kommt ein Hund. Die wollen mich echt verarschen. Vorsicht! Du musst aufpassen. Mir ist ein Gummi gerissen. Achtung! Meine Hosen-Gummi. Ein bisschen überstrapaziert. Mir ist eben gerade, glaube ich, ein kleines Ei. Alle Perks weg! Alle Perks! Geplatzt. Oh, fuck it. Fuck you. Fuck. Ich kann doch ohne Perks nicht versuchen, hier die Ruhe... Ruhe, ne? Mir fehlt nur noch eins. Noch eins fehlt mir, der Halbmond. Der belgische Halbmond. Der türkische, oder was? Oder der russische Halbmond. Ich glaube, wir haben die 23 noch nie geschafft, ne? Ich weiß nicht. Das ist Illuminatenscheiß, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Rekord. So, haben wir das da. Haben wir das da. Oh, immer noch mal ein Kaugummi. Vielleicht kriege ich ja noch einen aufs Haus, ne? Sag mal, hast du jetzt noch, ähm, Waffen? Oh! Ich weiß, was passiert, wenn ein Kaugummi leer ist und du ein Kaugummi ziehst, welches leer ist. Weil du ja vorhin gefragt hast, ob du nur das eine mitnehmen kannst und bei dem anderen leere sozusagen, müsstest du ja reintun. Ja, ja. Wird nicht funktionieren. Wieso? Was kommt dann? Nieken? Nee, ja, quasi. Weißt du, ich hab jetzt eine Abschlusszeit gezogen, hatte aber nur einen und dann steht da, Abschlusszeit ist aufgebraucht. Aber bekommst du dann wenigstens Geld zurück? Nee, ich denke nicht. Ich denke, das ist mit dem Löwen. Also, die behalten nur Geld, schlagen die noch mit dem Dödel ins Gesicht und sagen, Hurensohn. Ja. Also, mit dem Löwen ist das echt schwierig. Ey, sag mal, wie war das jetzt nochmal? Äh, wie war das denn? Herz. Krone. Tür? Tür, oder so, ja. Ich hör's mal nochmal an. HKT. Herz, Krone, Tür. Herz, Krone, Tür, 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 Herz, Krone, Tür. habe ich bekommen. Warte mal, Herz. Herz. Das ist ein Horn. Was haben wir hier? Herz. Wo bist du denn, Herz? Wo bist du denn? Ich habe die Tür und die Kronen, aber wo ist das Herz? Aber wo ist das Herz? Aber wo? Ah, hier, Herz. Okay, das ist so ein Nippel mit einem Nippel. Dann die Kronen. Das sind die drei Spieße. Dieser verbuggte Päcke Punch, ne? Der versaut mir noch echt mein Leben manchmal. Die Dreiertitte, die Spieße. Okay, okay. Nippel, Spieß, Dreiertitte. Okay, dann mal los. Dann muss ich jetzt mit einem Bogen draufschießen, oder wie war das? Äh. Das weiß ich nicht. Also das Ritual habe ich noch nie gemacht. Mit den Donnerhoden kenne ich mich nicht aus. Also ich bin jetzt mehr so der Experte für Elektro und Fire. Ja, das sind die drei. Das ist mein Name. Say my name, say my name. Alter, hier geht voll die Ghostbusters-Nummer. Boom. Hoden. Was passiert jetzt? Das darf ich nicht verraten. Was ist... Oh, oh, oh. Was mein... Wichst du dir da oben ein? Junge, komm mal runter. Oh. Oh, geil. Oh, endlich habe ich den lila Bogen. Ich freue mich so auf den. Auf den freue ich mich richtig. Du musst nur die Runde hier unten überleben. Ja, aber... Ich habe noch einen Affen im Sack. Oh, dann haben wir alle Bögen. Nee. Ja, Elektro mache ich jetzt nicht mehr. Ui, 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 ui. Lass sie mich töten für... Für was? Komm zu mir. Muss noch irgendwas füllen? Ich nö. Ich dachte, die Uhren und so. Oder hast du schon? Ja, die Uhren und... Nee, die habe ich noch nicht voll. Aber mit den zwei Zombies kann ich da jetzt eh nichts anfangen. Wo ist denn der eine? Machen dort. Machen dort. Machen dort. Wo ist er dann? Ja, wo ist er dann? Ich weiß auch nicht. Ah, hier drüben. Ja, sicher. Können wir da auch. Rindo mit dir. Rindo. Rindo. Ich bin da, da Rindo. Wo sind denn die drei Irnen? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo der andere ist. Der eine ist noch da. Also, eine war oben im Türm. Die andere war auf der anderen Seite oben im Türm. Und da, wo ist die dritte? Dann... Du, das weiß ich jetzt gar nicht. Könntest du mir das sagen? Ja, immer dolle Rinn. Ach, die dritte. Äh, nein. Die war unten. Dann gehe ich erst da hin. Oh, ich habe Anschlecken bekommen. Anschlecken? Ja. Na dann, hau mal ran. So. Oh nein, ich habe kein Shield. Ich habe kein Shield. Help us. Das kitzelt. Der Affe ist so gut. Hallo? Kommt hier noch jemand? Also, bei mir geht es mega rund. Ja, das kenne ich. Da steht wieder nur einer. Ne, bei mir ist voll die Flankenparty. Flankenparty! Tz, 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 tz. Hey, Leute. Takeo kratzt. Spielt mit dem Holden. Takeo kratzt sich am Bällchen. Könntest du dann den Bogen da rausnehmen? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, meiner ist eigentlich voll. Ah, der hat gut geschluckt. So, mein Freund. Jetzt muss ich noch zu der anderen Super-Urne. Guck mal, er macht sich hier unten echt einen leichten, ne? So, ah, Schwerelosigkeit. Ja, ist eigentlich geil. Ne, stimmt. Ne, ist okay. Eben gerade wurde ich aber hinten und vorne. Gestippt oder was? Ne, es war ein Stipp, ja. Also leicht Stipp oder auch mit Kratzer? Weißt du, wenn die sich die Fingernägel nicht schneiden und dann rein stippen. Und die Bakterien, ne? Die unter dem Nagel sind, richtig eklig. Ja. Oh, das gibt Milzbrand. Oh, er will eine Schneise machen. Schneisen. Schneisen, dogger. Das ist, sag ich dir, das ist brutal. Höh, warum stirbt denn der scheiß Hund nicht? Boah, hier Minigun-Action noch mal ein bisschen durchgesiebt. Kräftiges Reihensieben. Ich muss echt aufpassen hier, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich musste ihn von seinen Leiden erlösen. Oh my gosh. Wieso ist es vorbei? Der geht voll show-up. Vorbei, vorbei. Hier ist dein Daylight. Alter, ich hab ihn. Er hat den Bogen. Ich hab ihn. Wahnsinn. Ist eigentlich ganz einfach. Ne. Der Bogen ist was für die echten Experten. Für die echten Experts. Ja. Findest du? Ja, ich find das easy. Oh, der wurde nicht geschockt von meiner Schock-Therapie. Boah. Voll die Skelette. Ach ja, die zerfallen ja dann so. Aber gibt's hier nicht noch so ein Skelett-Easter-Eck? Ja. Ja, aber guck mal, jetzt haben wir alle Bögen bald. Ähm. Und die haben immer gesagt, wir sind behindert. Ja. Also, wir wissen ja jetzt, wie's geht. Das heißt, eines Tages. Vielleicht irgendwann. Ey, das ist richtig geil hier, der Bogen. Er hat eben gerade gesagt, der Schwanz frisst die Unheiligen und Wiedernatürlichen. Der Schwanz? Ja. Welcher? Franz Schwanz? Er hat gesagt, er schleckt sie nieder. Was schrecken, wurde schlecken. Ah, das war's. Hingefallen. Tot. Wo bist du? Ganz üble Sache. Oben am Turm. Am Glocken-Am-Uhrenturm. Aha, schon wieder da. Ja, wo soll ich sonst eins? Shit! Oh, was ist passiert? Oh mein Gott! Ich hab gedacht, der Bogen reagiert schneller. Aber die greifen an. Alter! Aber hey, Runde 25. Mit Rumgebaue. Also, mit Rumgebaue. Hätten wir uns jetzt mit den beiden Bögen irgendwo hingestellt. Ja. Hätten so richtig doppelt so Vive, dann... Das wäre auch keiner sehen. Das wäre... Keine Ahnung. Wenn ihr euch vom Zombie-Modus sehen wollt, dann bewertet ganz kräftig und schaut bei Kreis vorbei. Da gibt's nämlich besondere Nudelfolgen. Eiscreme. Gelbes Eis. Ich hab gelbes Wasser. Gelbes Eis, ja. Besonders lecker. Ja. So zitronefruchtig. Gut, wie immer danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Schwitz. Und... Tschüss.